Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde The Cycle. Wir haben heute eine ganz besondere Runde mit dabei, denn heute versuchen wir mal auf PvP zu gehen. Also wirklich gezielt PvP zu machen und unser Versuch ist es, niemand anderes von dieser Insel entkommen zu lassen. Ihr seht oben links, handelt es sich immer noch um ein Werbevideo bzw. um eine Kooperation, weil ich euch immer noch dieses Spiel nahe legen möchte. Der Link ist in der Videobeschreibung, checkt es einfach mal aus, ist free to play und solltet ihr mich unterstützen wollen, Creator Code Dalu Card, was zum Beispiel den Battle Pass angeht. Alles in allem, ich möchte The Cycle jede Woche immer noch bringen und hoffe ihr seid mit dabei. Die Kooperation, manchmal läuft sie, manchmal nicht, weil wir mehr Folgen machen als wir müssten oder sollen, aber ich habe einfach Bock auf das Spiel, weil ich es halt gut finde. Jetzt neue Runde im Squad, wir gehen auf PvP, let's go! Und dann, ja, Kristalle holen. Ich hole den, der am weitesten weg ist. Ich nehme den hier und dann mache ich direkt die Drohnen mit. Genau und wir treffen uns dann alle bei Kundran. Alles klar, dann lasst nur alle euren Marker. Dann mache ich Kristalle einfach. Weil bei Kundran sind 2000er Kristalle. Du musst items in der Zeit Gold fahren für uns. Ja, genau. Du musst erstmal einen Marker finden, den ich hier irgendwo hingesetzt habe. Jetzt musst du natürlich aber erstmal hoffen, dass du da jetzt ein paar Leute dabei hast, die jetzt erstmal nicht auf die PvP-Mission gehen. Der Ablink ist nämlich unten. Ja, der Ablink ist blöd für uns. Alle Monster mitnehmen, die ihr gerade seht, noch zusätzlich, soweit ihr den Crystal habt. Irgendwann für Credits muss man looten, das finde ich ein bisschen schade. Schon bitte keine... Lass alle schön auf ihre Kristalle und auf die Aliens da gehen, ja? Lass mal schön den Seal da liegen. Ja ja, und Flocke, du solltest da auch aufpassen, du hast auf jeden Fall einen Squad da, ne? Also das ist ja auch der andere Spawnpunkt halt. Mach mal den Tausender mit einer... Moment, hat Flocke gerade was gesagt? Na, nur, dass ich weggehe. Der sieht jetzt nämlich weg. Nein, der liegt ja noch. Nee. Ich sehe ihn doch. Der siehst du noch auf der Map. Ich hab doch gerade geguckt. Hä, ich schau da. Ich fragte es ein 400er. Lass aber ins Quad. Nimm den Crystal und renn. Die wollen die Aliens machen. Jetzt haben sie den Crystal, Flocke. Ja, haben sie. Vor allem haben die auch eine Waffe und alles. Mandalo, das sind vier Leute. Wenn du hilfst, den haben können, bevor du das erste Mal weggerannt bist. Das stimmt doch überhaupt nicht. Die hätten mich locker gesehen und hätten mich wieder angeschossen, hätte ich ihn eh verloren. Warum sollte ich mich jetzt hier aufdecken? War noch gar nicht da. Du bist mal ganz leise hinten am Ende der Welt, ja? Bin ich alleine hingerannt. Furchtlos. Was muss los? Udi. So. Bruder. Du bist furchtlos. Du bist ganz schön groß. Nein, die machen ernst. Die macht den Seal Crystal und die gehen zum Uplink. Ja, shit. Dann kann ich ja auch weg. Das wird ein Squad sein. Oh, lol. Ich hab die ne Waffe von einem gedroppt. Ah, wie ist das denn? Ich hab ne Splitterkanone bekommen. Ich hab jetzt einfach ne Weapon. Okay. Wir rausfinden nur. Wir haben den Seal Crystal Prospektor. Okay, dann geben wir den den ersten Ablink halt. Dann nehmen wir den danach. Ich mach jetzt einmal dieses Monster Ding. Hab ich jetzt gerade gemacht. Also diese Drohne. Ja, wir brauchen... Ah, warte, das ist nur die Hälfte gemacht bis jetzt. Genau, ein Ei brauchen wir dann noch. Dann kann ich jetzt aber den Ding machen, warte mal. Ja, okay. Okay, das ist ne schwierige Waffe, aber ich krieg's nicht. Der war Els da. Dann kann ich ein 400er Crystal jetzt machen. Und danach sollten wir da schnell uns um die Tausende kümmern. Okay, mein Movement ist gerade irgendwo, wo's nicht hingehört. Die wollen jetzt hier mein Kristall auch noch haben. Wir sollten uns langsam sammeln, weil die wollen jetzt die anderen Zielkristalle haben. Okay. Ich mach den 400er trotzdem fertig, oder? Weil dann haben wir einmal ne... Ja, du bist ja weit weg von uns allen. Da hinten werden sie so schnell nicht hinkommen. Ich hab ja auch kein Crystal, also... Ja, wir brauchen auch noch 180 Geld, ja. Ja, ich bin noch dabei gerade. Also ich krieg ja auch jedes Mal noch Geld, wenn ich hier gerade was mach. Also sie verfolgen mich auf jeden Fall, weil sie meinen Kristall noch wollen gerade. Wahrscheinlich dann auch den vom Kunden haben. Das wird ein Viererteam sein, die auch straight nur darauf gegangen sind. Die haben sich den Kristall geholt, den Uplink und... 130 Gold, bevor die da sind. Ist das machbar? 60 Gold, weil wenn die uns dann... Wenn die uns... Ja, komm, Waffen holen und dann fangen wir die ab. Dann bringen die uns den Kristall. Ja, ja, komm her, da müssen wir. So, lass die mal abfangen. Dann geben die uns jetzt schön den letzten Kristall. Ich glaube, ich bin da. Schön, wir suchen uns den Platz aus, wo wir kämpfen wollen. Die kommen ja her. Die machen jetzt... Die machen... Ja, dann gehen wir da hin. Die da unten ist ein Hart. Ja, komm, wir gehen zu denen. Wir holen uns den Kristall von denen. Hier! Atem ist es auch gleich da. Die spawnen übrigens dann oben links. Wenn die sterben, spawnen die oben links. Das heißt, wir gehen nach unten rechts für den zweiten Uplink. Dann können die uns erstmal gar nichts. So, vorsichtig jetzt. Ja, ich werde beschossen. Die warten auf uns, jo. Die haben auch Monsterkämpfe, glaube ich. Ja, naja. Einer down. Einer von denen will Nahkampf gegen mich, okay. Nahkampf macht richtig Damage. Ja, ich weiß. Das ist mir egal. Ich habe hier ein Kristall. Es ist Nahkampf hinter mir. Lass die hier nicht weg. Die wollen die Kristallen noch looten und abhauen. Wenn ich jetzt einfach den Kristall hin und wieder herkomme. Oben. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter euch. Es ist nur einer bei mir unten, der wir auch im Nahkampf wiedergicken. Noch einer down. Noch einer down. Der andere kommt hinter mir. Einer hat sich weggeportet. Der letzte bei Kun dran dann. Ja, down. Das Team ist weg. Also. Hier ist noch ein Kristall. Wir können jetzt die Kristall aufheben. Hier ist noch ein Kristall. Ja, das könnte der sein, den ich verloren hatte. Ja, ist egal. Also wer. Hauptsache ich habe auch einen aufgenommen, der verloren war. Ja, ja. Also deswegen, damit die nicht einfach einen snacken und weggehen. Schön. Das haben die und wir haben hier Kristall. Also das, was die das vorkommen, was sie gemacht haben. Das heißt, wenn wir das jetzt noch klieren, dann haben wir das zweite auf. Ja. Ich gehe zum nächsten Uplink. Der ist nämlich gerade unten gespawnt. Ah, schickt das Ding. Er ist gerade, der Kristall ist gerade weggegangen. Ja, die haben, das haben wir nicht geschafft. Es gibt aber gut Credits, wenn wir die jetzt alle noch. Ja. Da sind schon wieder Gegner, die auf uns zukommen. Dann weg. Zu Dalu, komm. Auf zu Dalu. Ich bin nach unten, ihr lauft nach Norden. Ich bin im Süden. Da bist du. Das war mir als Orientierungsgenie natürlich komplett bewusst. Das war nur eine Antäuschung. Abklinkung. B-20. Hat jeder noch sein Crystal, den er haben wollte? Oh, auf mich wird geschossen. Ist ja nett. Ey, der kippt mich hier fast. Hast du ihn noch? Ja, ja, aber das ist halb, wenn man es schüttelt. Jetzt hast du einen Kassel verloren. Sniper. Was sind das für ein Sniper, Jungen? Guck mal, ob du es in Deckung holen kannst. Ja, ja, aber das ist total. Ja, die wollen halt die Kristalle von uns haben. Ja, wollen sie weggehen. Ne, daher geht, wo ich war, da steht ein... Die Links sind, glaube ich, auch gekämpft. Ja, die haben... Ich werde immer noch verfolgt, Leute. Ja. Ja, das ist gut, dass wir zu Dalu kommen, dass wir zu 14. Aber das andere macht keinen Sinn. Genau, wie. Wo sind wir, wenn wir zu 14? Ich muss den Uplink tappen, sonst geht die Zeit umsonst runter. So, ich bin da. So, ja. Dadurch, dass wir einen Uplink haben und die vier Siel-Crystals... Das müssen wir hier rechts holen. Hast du sie gesehen? Hör sie nur. Da unten sind das sogar einer, der... Ja, dann los. Ich habe keine Waffe für die Entfernung. Wir kämpfen gegeneinander, oder? Ey, da unten ist halt... Bei dem Mutterschiff ist viel los. Ja, aber das sind zwei verschiedene Teams. Müssen wir wohl alle töten. Oh Gott. Oh, was hat sich da vor mir einen Schlag gemacht? Deine Slob. Hier oben ist einer der Crystal jetzt da. Geh down wahrscheinlich. Ne, alles gut, Schie. Warum nehme ich immer die extravagante Waffe, wenn ich einfach meine normale nehmen könnte, die schaden macht. Mein Crystal ist weg gerade, aber... Meine Nade hat zwei Leuten das Schild genommen. Komm, regeneriere mein Schild wieder. Oben drauf. Ja, 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 der oben drauf. Jetzt müssen wir ihn pushen, damit die nicht wieder regenerieren. Und zwei oben drauf. Einer meiner Schilde ist down und mein Crystal ist down. Komm hier nicht hoch mit meinem Jetpack. Ja, Crystal ist danach. Habt den oben. Schön, 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 schön. Einer von denen pusht mich gerade noch. Hinter den! Hinter den! Hängt in meiner Bärenfalle. Noch eine. Meine Bärenfalle killt die gerade. Lul! Die hängen da jetzt drin der Fels. Okay, jetzt müssen wir die Kristalle wieder aufheben. Hier ist noch ein Gegner. Oh ja. Down. Oben rechts vom Berg. Das ist der Respawn. Er ist... Respawn. Keiner ohne Schild. Ja, die Nades muss man höher werfen. Hab ich auch nicht geschafft gerade. Oh, von rechts ist noch irgendwo... Oh Gott, wo bin ich denn? Hier. Vier Stück sind das. Ich hab sie wieder in der Bärenfalle. Drei Stück. Nice. Lul! Die hängen alle Fels. Ich bin down. Der Letzte von oben. Oben. Heb mich auf schnell. Das geht super fix. Bin dabei. Er ist oben auf dem Berg. Genau über uns. Sind die anderen komplett... Nein, wir finisht. Dieser. Immer noch oben auf dem Berg. Notheilung. Das ist wieder der. Genau über uns ist wieder der. Der oben hat kein Leben mehr. Oben war einer in Notheilung gerade. Und den Berggrad nicht hoch. Das ist so ein Schiff. Der haut Richtung der Basisabprobleme waren. Der ist immer noch auf dem Berg. Unsere Kristalle werden gerade geklaut. Ja, hier ist noch ein Spieler. Ja, aber unsere Kristalle sind doch gleich weg. Der eine ist doch alleine. Er ist, wenn wir ihn da oben downen, hebt er sich selbst wieder auf. Warte. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Daher einem's. Der eine hat den Kristall verloren, den roten. Moment, den roten haben sie zu uns gebracht. Den hatten wir ja noch nicht. Ja, aber die haben auch einen gelben Stibitzt. So, down. Stasch, die bitzen die uns die hinterm Rücken, ja? Schon frech, ey. Aber dafür haben wir jetzt einen vierten Kristall. Die denken sich so, guck mal. Ich hab auf die Map geguckt und die Kristalle bewegen sich so. Ihr schießt wieder einer auf mich von irgendwo in Istanbul. Nee, da links war der Turm gesetzt. Hat auch wieder eine Gäse. Nee, waren Spieler, waren Spieler gerade eben. Und der hat mich von da vorne angeschossen. Ja, da vorne ist auch trotzdem nur eine. Ja, vorne sind welche noch. Wo ich grad hinschiebe, schieß einer. Boah, Achtung, fiese Waffe. Hallo, Freund. Ich stehe zwischen drei Leuten in dem Kampf. Ich muss Notfallrückruf machen. Ich stand auf einmal hinter den drei Leuten. Oh, da ist ein Monster. Ich bin auch down. Ich bin eingedowned. Nein, ich bin wieder meine Bärenfalle. Hinter dir, hinter dir das und das und das. Ja, der mit, der holst sie noch. Der hängt jetzt auch in der Bärenfalle. Die Bär, ich hab sie alle. Nee, das ist noch einer. Der Bärenfalle ist halt schlimm. Wahrscheinlich. Fünf und drei. Problem ist, die können sich alle selber aufheben, weil ich keinen finishen kann. Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Der wird doch, glaube ich, nicht mehr. Einen hab ich. Zack. Die anderen werden nochmal wieder kommen. Ja, da sind sie wieder. Noch einer. Ja, komm. Ich bin unterwegs. Nein, nein, nein. Er war fast tot. Es sind alle hier. Nein. Es sind zwei Teams. Ich leb noch. Die haben mich noch nicht gefinisht, weil die im Kampf sind. Also, ich bin noch Gucci. Ja, ich will halt nicht alleine hin, weil... Noch wissen... Also, die haben eh noch einen Kampf. Ich bin noch ganz locker... Du bist schon wieder da. Ja, ich bin... Ich lebe noch. Ich bin down. Also, ihr könnt mich aufheben. Weil du bei mir wieder... ...weißes Leben hast. Ich hebe auf. Ich hebe auf. Echt? Ja, ja, ja. Da kommen sie. Hinter uns. Was hast du dir anders gesagt? Fernfalle tickt wieder auf einen. Ja, der ist hier, wo der erste gestorben ist. Da ist einer in Notfallheilung. Der ist noch in Notfallheilung hinter dem Stein. Auch da hinten. Da hinten ist noch einer. Der hat sich weggeportt, als ich ihn gedownt habe. Nehmt euch die Seels und wir hauen ab. Er ist wieder frisch. Jetzt habe ich ihn. Er lebt wieder! Aber meine Bärenfalle hält ihn hier fest. Jetzt. Aber er wird gehackt. Na, wird gehackt. Kiggel, die Hagel. So, wo sind unsere Kristalle? Ich habe den roten. Das nehme ich doch mal mit. Die gelben liegen da hinten alle. Das leben nicht mehr viele Spieler. Ich bin dafür getötet. Drei Minuten fünf. Das wäre halt echt nice. Ich bin dafür. Das ist jetzt die Strat. Ja. Wo könnten die anderen denn sein? Wir sind nur noch vier. Fünf. Fünf Stück. Haben wir alle Kristalle? Haben wir alle Kristalle? Dann los. Suchen wir die jetzt. Ich denke mal, die werden den eh wegnehmen, oder? Gehen wir zum Evakuierungsding? Ja, würde ich sagen. Du bist von vorn, oder war das einer von euch? Ja, das ist einer von vorne. Wo? 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 Oben. Da. Hin. Jetzt aber los, Leute. Denk an, mit Pistolen seid ihr schneller als mit 500er Waffen. Aua. War ich mein, was soll ich noch hier? Ich glaube, durch NPC, also durch dich, ähm... Doch, Montag, den ich nicht wegkomme. Echt? Echt? Ist mir schon passiert, ja, ja. Ja. Wir sind hier drin, oder? Ja, ja, die kämpfen, die versuchen sich jetzt noch die Punkte zu holen. Auf geht's. Könnte oben sein. Das Schiff ist noch nicht da. Boah, wo sind sie denn? Zwei Stück bei mir hier. Nate liegt. Nate hat gesessen. Ich habe ihn gestützt von meinem Rücken. Da poddel sich einer ganz hinten weg. Boah, bei mir leckt's grad'n Scheiß. Ja, bei mir auch. Genau gegenüber liegen zwei Gegner. Hm. Ist einer an den Rücken? Ja, ich bin gerade dran, aber der lebt noch. Ah, der ist auch weg. Denkt an eure Kristalle wieder. Der ist auch da unten. Oben hinter uns ist M. Der ist Solo. Hit Landing Zone ist clear. Nein, 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 nein. Einer bauen? Nein. Ganz klar. Der M noch oben. Der gehört hier hinter uns. Kristalle wieder. Hier liegt noch einer. Oh, 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 Frau Höfe. Bist du oben? Ja, ich hab den gepusht. Ja, der doofe Turm steht im Weg. Neue Bier ist ja gestohnt. Ja, heb den Kristall auf. Hier oben ist noch ein. Ja, das ist meiner. Ich hab M. Okay. Frank Kristall ist auch dann hier? M ist auch tot. Frank Kristall? Soll ich. Kann ich mich meinen noch holen? Ein Spieler ist noch im Rennen. Wo ist der denn? Oh, das war der, der weggelaufen ist von mir vorhin wahrscheinlich, oder? Ach so, das ja. Also der ist noch nicht abgehauen. Einer ist leider halt abgehauen. Boah, wie ärgerlich, ey. Hä, wo ist denn der letzte Ziel? Haben wir alle? Ne, da bei Flocke liegt einer. Direkt in Althons Tower. Innen im Tower. Ach so, da. Ich seh ihn grad. Warten noch. Wir fährt ein Fahrzeug. Hier hinten ist er, glaub ich. Der hat das Fahrzeug hierher gefahren. Der müsste hier irgendwo sein. Oh. Das ist neben mir explodiert. Ich nehm mal eben den roten. Der Torred hat das Fahrzeug. Hier liegt meiner noch. Oh, Vorsicht. Ja, ich hab einen. Ja, wir müssen rein. Gehen wir rein? Müssen wir. Ich glaub, ich hab ihn gefunden. Das ist wieder ein Tor. Oh no, der kann sich so rausbauten. Sind alle weg. Sind alle down. Drei Spieler sind weg. Genau, und einer ist weg. Der letzte ist weg. Ja. Nooo, Mann. Bade. Es waren ne Menge Kills dabei heute. Ja. Viel PvP, aber wir haben nicht alle gekillt. Aber wir sind Erster. Das ist so ein bisschen ärgerlich, ey. Aus dem zweiten, aus Spot 2 und Spot 1 jeweils einer reinkommen. Aber das hier mit 22 Punkten haben wir komplett rausgenommen. Moo, Mann. Ich bin急 Sempre von Miranda. Dziękuję. verses 1. Aber das hier mit 11 Punktenammus in Mar địa. Kur 좋을 5 dias. bastante夫. Nou. Sehr. 雕f! 賽. Allison. Libya揍 Ruhi. св하면. aconteceu? �her. mà這一 DIE CzyN? Untertitelung des ZDF, 2020